Team Kibs, Nummer 1, der Goalkeeper von Evin Anonj auf der Nationale Kib. Rund. Verein. Neuer. Wir wollen nur noch ziemlich aktuell, also bevor es zu hoffen ist, aber ich meine, dass der Busser mich um den aktuellen Goalkeeper auch kennen will. Lange. Äh, Seis. Äh, ich geb's so, äh, Moritz. Ich will in einem Moment, äh, der National-Goalkeeper war, sondern will in einem Erfnachtspiel. Fertig. Penning. Echt auf jede Woche. Volleyball. Ich geb' leines. Nein, nein, nein. Wegen zum Gurtig. Lecher. Ich geb' leines. Ich geb' leines. Wir lesen.